Die Philosophische Fakultät der Universität Tübingen hat am Donnerstag Volker Michels die Ehrendoktorwürde verliehen. Der langjährige Lektor bei Surkamp-Insel gilt als anerkannter Forscher und Herausgeber der Werke des Literatur-Nobelpreisträgers Hermann Hesse. Mit der Ehrung würdigt die Fakultät auf Vorschlag des Deutschen Seminars seine Verdienste um die Vermittlung sowohl von Hesses Lebenswerk als auch der Literatur des 20. Jahrhunderts.